... von Marcel Hirscher aus dem zweiten Durchgang an. Er ist so ein All-in-Lauf, würde ich wahrscheinlich auch dazu sagen. Ja, so ist es. Er hat auf jeden Fall alles gegeben. Er hat einen gewaltigen Lauf natürlich nicht ständig zugute gekommen, dass er ein bisschen schlechter geworden ist. Allerdings natürlich auch den meisten. Ja, mit seinen Handicap der Paraphale sowieso schon große Probleme. Und so gesehen, ja, das kann nur dann Marcel machen. Er nützt ja sonst aus, dass er die Chance, die er dann doch noch einmal bekommen hat. Und die Gefahr war doch, da war er und der Reifen war vielleicht ein bisschen Reserven gehabt, aber er hat oben uns dann auch wieder ganz unten. Das war doch nicht gewaltig. Unglaublich. Er hat natürlich auch boffiniert von Stadt Nummer 9 im zweiten Durchgang. Keine Frage, bist du doch dann schon wieder rapponiert gewesen? Schon, natürlich. Die Piste war rapponiert. Aber wie gesagt, du musst dich auch immer unterstützen. Und er hatte im Ernst ein riesen Handicap gehabt und alles in allem. Er war auch sehr schnell am Weg heute. Der meine, der steht, dass es heute nicht mehr so gut geht. Also prägt er sich jetzt hier in der Zeit noch bei der Zeitpunkt.